T-Baggen Wen, was, wann, wo? Das ist ein Scherz, oder? Ich mach's linke War was denn da Tür mit davor? Da ist ein Schilder davor Krieg ich die Schilder weg? Keine Ahnung! Rennen! Ah, draufschießen! Nein, doch nicht Lass es, Claptrap, bitte lass es Was? Überlebst du's? Ja, lass die Geschütze das machen Nein, ich mach das Crap-Tap, lass die Scheiße Crap-Tap? Crap-Tap? Crap-Trap? Oh, 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 oh Es hat sich funktioniert Gleich geht's irgendwas hin Genau das meint ich Crap-Tap Grenade! Oh, doch nicht Grenade I got a Grenade Feuer! Alter, weißt du was geiles? I have a Grenade Feuer! Ja, du hast noch die ganze Zeit Dauerfeuer mit der mit der Cheap gemacht, ne? Ja Das hat von uns meine Munition und da steht 5 Munition da Danach 6 Danach 7 Danach wieder 5 Ich fand das lustig Ey, ich versuch grad mit dieser Waffe zu schießen die ganze Zeit durch die Gegend so quer durch die Gegend ballert Das geht voll nicht klar Wundert mich irgendwie Nicht leben Hopplo oder stehen wenn er stirbt Das hab ich mir gemerkt nachdem ich irgendwie 10 mal gestorben bin Nur auf fliegende Ziele geht's gar nicht klar mit dem Ding Wundert mich gar nicht Verstärkung erschützt Hier liegt ne Schrotze äh, Schrotze Wie viel macht sie? Hast du sie genommen? Ja So, was hat er sie gezogen? Äh, 214 x 17 oder sowas Ich kann sie behalten ich hab 500 x 17 2 x Irgendwie hab ich das Gefühl aus riesengroßes Aufhalten Ich find's so geil Das ist natürlich scheiße, was? Julian, du musst erst mal das Ende deiner Mutti finden Oh Mann Ich find's so geil Ich find's so geil Das Ende deiner Mutti Naht Ich find's so geil Ich find's so geil Ich find's so geil Die wird dann was gesticken Die wird dann was gesticken Aber ist ganz groß in ihrem Mund Ich weiß, dass das ein Tier steht Niko, was rauchst du bitte? Bitte sag mir was rauchst du? Ich will auch was davon Oh Mann Ich find's so geil Ich find's so geil Ich find's so geil Hey Niko Liko Hey Niko Liko Such mal den Stromschalter Okay, wenn man sich erstmal eingeschlossen hat mit der Waffe, ist sie ganz lustig Schaffst du's? Sieht's so aus, oder was? Ja, ich bin gerade geslackt, ich sehe gerade gar nichts Doch mal durch, was tut den Scheißer Brauch nicht höher werden, brauche ich nicht Ich hatte nicht vor, dich wieder zu beleben Ich kann dich eh nicht wiederbeleben Okay, scheiß, ich brauche eine bessere Waffe Da ist ein Hyperion entfügt Dammit, aua Bin gerade dabei Also ein, zwei Bullloader Ja, und? Und ein, zwei Geschütze Da fug! Hat der gerade mit einem Bergungsschiff den Turm weggerammt? Der ist Briggs, aber ja, hat er Ähm, Nico Das Ding muss irgendwo da hinten sein Ja, ich sehe es Ah, ich hab's Oder auch nicht Dicker, was wackelt hier so Deine Eier Hm, hast du es gefunden bis jetzt? Ich weiß nicht, wo es ist Wo? Wo, ähm, wo der Scheißer ist Der müsste irgendwo hier sein Guck mal, da wo ich hinballer Ah, okay Was sagt ihr, ob das kaputt ist, okay? Warte kurz, ich renne schnell hin Ist nicht kaputt Ich hab mal, ach, ich deaktivier's schnell, Moment Jetzt warte mit dem Looten bitte auf mich Warte Ich bin schon auf dem Weg Ah, hier kannst looten Hab ich schon lange Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke Nico, die kleinen ist Arschloch Mach doch bitte einmal, was ich sage, was ich mach Äh Ja Nochmal, sag nochmal Ich hab's nicht verstanden Sag doch einmal, was ich mach, okay Erfst du echt hart auf den Arsch Wie kann ich dir auf den Arsch nerven Da willst du gar nicht wissen Ich sehe Gegnerz, und du? Ähm, ich sehe da irgendwelche Kometen einschlagen Ich denke, es sind Gegnerz Aber ich denke mal, ich darf erstmal Das ist unser guter Freund Raffi Der im auf dem Mond sitzt und runterfurtzt Alter, das ist Armageddon Das jüngste Gericht ist das Oh, eigentlich das jüngste, nicht das älteste Gericht Das älteste Gericht Das erste und das einzige Makes sense, ne? Hey, Sniper, buddy Was ist da? Sniper sind da oben Echt? Pass auf, die Monseraden Oh, Loot Schrotzen 783 mal 18 Und hat 5, ne? Ja, ist doch scheiße, wa? Zeit in Reichweite Automatische Schütze werden scharf gemacht Das hört sich nicht geil an Das muss ich jetzt erstmal so Ernsthaft mal so sagen Alter Da fuck Oh Ja, da oben sind Geschütze You don't say Ich bin nicht dran gestorben Ich auch nicht Bei einem anderen Was mit der SGT Loader? Sargent Ja, Sargent Loader Was ist das für ein Vieh? Ein harter Loader Wird denn da gegner Ich kippt keinen Fuck ja Ich muss aus dem Raum aufsicht Und so greifen Halt durch Halt durch, sagst du Frick, heil mich Frick, du bist ein Penner Weißt du Man kann der Dinger kaputt schießen Oh, das war nö Ich hab mich selbst getötet Willst du das kosten? Nein Iron Loader Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich Stirb Ich kenne den guten Kuppen Er nennt sich wahr Oh fuck 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 Was? Er hat irgendwas gesagt Irgendwelche Loader werden eingesetzt War Loader werden eingesetzt Ne, Chat Loader Wollte Brick die Dinger nicht hacken? Also Brick was hacken könnte Das einzige was da hackt zum Schädel Ja geil zu wissen, Alter, dass du hier bist Da kommt Brick, bringt er jetzt voll geil hoch Wie so ein Mafacker Auf durchs Tor, Bitches Er ist gerade eben gestorben Brick Er ist gerade dabei zumindest Ich renne mal zu dir, ich hab ein zwei War Loader und so am Arsch kleben Da oben ist ein Schlag da Ich seh es Geh dir mal fertig machen Ja, ja, ich geb ihm Mach nur die anderen Fächer tot Ja, ok Der Fick dich Hättetö, glaub ich doch geknappt Aber super, sehr, sehr knapp Ich auch. Wo bist du? Oben. Pilbert den Warloader. Jetzt kenne ich den Constructor. Jetzt habe ich den Constructor gekillt. Der Constructor ist der Sprung. Ihr habt eine ziemlich gute MG gekriegt. Ja, gibst du mir gleich. Ist doch schon viel viel geiler hier. Die Verreckenfängsten haben auch mal. Die ist ein wenig nervig jetzt. Kannst du ein Feld? Wir sind nach wie vor nicht in Aufnahme. Hast du die aufgenommen? Doch, doch. Wir sind doch nicht ein Aufnahme Channel. MTS. Ja, scheiß drauf. Jetzt. Fett. Alter, ich vergesse beim Zocken immer, dass wir zocken. Äh, aufnehmen. Ja, klar. Deshalb kommen wir auch so authentisch rüber. Authentizität! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sollte. Ey, weißt du was? Fuck, ich geh in den Nahkampf. Das ich erstmal sagen werde. Super badass loader. Du sagst erstmal, kannst du mich heilen. Warten kannst du mich heilen. Komm doch zurück. Papi! Komm! Niko, komm mal her. Bleib mal stehen! Du bist ja inkompetent Junge. Bleib stehen! Dürfst wieder geheilt worden sein. Schaffst du's? Alles klar. Alles klar. Ähm, ja, schaffe ich es nicht. Ganz, ganz gut. Uh! Hab die Dilo oder? Jetzt schaffe ich es nicht. Das war doch zu schnell. Ja, sorry. Ich bin auch gerade auf cooldown gewesen. Ja, ich bin auch genau.